Herzlich willkommen bei Xempos. Mein Name ist Stefan Wels und in diesem Video möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie die erstmalige Registrierung als Arbeitgeber im HOGA-BAV.net vornehmen können. Ich öffne meinen Browser und gehe auf die Seite hoga-BAV.net. Nachdem wir uns bereits registriert haben, können wir hier direkt auf den Login-Button klicken. Ich nenne dem System meinen gewählten Benutzernamen sowie mein gewähltes Passwort und klicke auf Anmelden. Nach dem erfolgreichen Login gelange ich direkt auf die Übersichtsmaske im System und kann hier den Button Firma hinzufügen klicken. Nun kann ich wählen, ob ich eine neue Firma registrieren möchte oder den Zugriff auf eine bereits bestehende Firma anfordern möchte. Wir wählen Neue Firma registrieren. Sie sind Mitarbeiter einer Firma oder mit der Registrierung einer Firma beauftragt und möchten diese erstmalig im HOGA-BAV.net registrieren. Nun kann ich nach der Firma oder dem Standort suchen. Finde meinen Arbeitgeber und wähle diesen aus. Alternativ kann ich den Button Firma nicht gefunden drücken. Hier habe ich die Möglichkeit, den Firmennamen, die Straße und die Hausnummer, die Postleitzahl, die Stadt sowie eine Telefonnummer für Rückfragen einzugeben. Bitte beachten Sie bei diesem Schritt, dass eine manuelle Prüfung hierbei erfolgt. Sollte ich meinen Arbeitgeber direkt in der Liste finden, kann ich diesen auswählen und die Registrierung fortsetzen. Nun löse ich den Aktivierungsbrief aus. Ein Brief, der an die Geschäftsleitung meines Unternehmens gesendet wird und einen Aktivierungscode beinhaltet. Wir schicken den Brief bewusst an die Geschäftsleitung der Firma. Bitte sorgen Sie dafür, dass dieser Brief an Sie weitergeleitet wird. Ich klicke auf den Button Firma hinzufügen und löse den Aktivierungsbrief aus. Vielen Dank! Um Verwalter Ihrer Firma zu werden, benötigen Sie noch einen individuellen Aktivierungscode. Aus Sicherheitsgründen schicken wir den Aktivierungscode per Post an Ihre oben angezeigte Firmenadresse. Nach ein paar Werktagen erhalte ich den hier angezeigten Aktivierungsbrief. In dem Aktivierungsbrief beinhaltet ist der Aktivierungscode, mit dem wir die Registrierung fortsetzen können. Ich gehe in meinen Browser und logge mich erneut im HOGA-BAV-Net ein. Nach dem erneuten Login im System kann ich direkt über dem Reiter Firmen den Button Aktivierungscode eingeben, klicken und tue dies. Nun nenne ich dem System den Aktivierungscode, der im Aktivierungsbrief beinhaltet ist, stimme der Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung zu, erteile die benötigte Vollmacht und entbinde von der Schweigepflicht. Anschließend klicke ich auf Abschicken. Änderung erfolgreich. Ich bin nun Verwalter der Firma. Vielen Dank.